Hallo und herzlich willkommen auf dem Biohof Obermeier. Wir von den Elbe-Werkstätten bieten Berufsbildungsplätze direkt auf dem Hof an. Hier kannst du verschiedene Arbeitsbereiche ausprobieren. Du lernst Gemüse auszusehen, zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten. Gemüse zu putzen, zu sortieren und für den Verkauf vorzubereiten. Ein Teil des Gemüses wird zu Suppen und Brotaufstrichen verarbeitet. Hier siehst du den Weg vom geernteten Gemüse zum fertigen Produkt. Welches wie das Gemüse im Hofladen verkauft wird. Es gibt auch Tiere auf dem Hof. Wir füttern die Hühner und sammeln die Eier von den vielen Hühnern ein. 2 1 1 2 2 1 2 Kannst du dir eine Arbeit auf dem Biohof Obermeier vorstellen?